So, jetzt melde ich mich mal wieder. Wir sind gerade auf dem Weg von Kempten nach Mariaberg. Ein traumhaft schöner, verwunschener kleiner Pfad durch den Wald. Viele Wege haben wir nicht gehabt, die so schön sind, abgesehen von der Ammerschlucht. Aber, wenn wir sie haben, sind wir sehr dankbar und gehen in voll Inbrunst und voll Demut. Es ist wunderschön, vor allem was einen für Gefühle begleiten, nur positive. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sagen kann, da war irgendwas dahinten, im sogenannten alten Leben. Das kann ich gar nicht mehr herholen. Neue Gefühle haben das alte verdrängt. Es ist nicht immer ein Glücksgefühl, aber es ist ein gutes Gefühl. Es ist sehr, sehr viel Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass man diesen Weg gehen darf. Mit den ganzen Erlebnissen, witterungstechnischer Art, Emotionalität. Es ist einfach einmalig. Jo, ein kleiner Eindruck. Wir melden uns wieder. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.